ok freunde finalstimmung bei starcraft 2 hard of the swarm wir müssen noch zwei missionen erledigen und ich würde sagen weil wir eigentlich mit einen gequatscht haben ich denke mal auch der kollegen schnittschmerz nicht zu sagen machen wir weiter let's fucking go let's fucking go look at what you have wrought thousands dead all for your revenge their blood is on your hands arcturus you made every part of this happen i have done great and terrible things it is true and i would again to protect humanity from monsters like you you use words like weapons arcturus but words cannot save you now oh oh i have other weapons i just wanted to say goodbye kerrigan our outlying rubes are being eradicated the terrens have deployed a side destroyer it corrupts our own hive mind leaping us apart from the inside the field will quickly kill any zerg understood listen to me all of you the dominion will launch an assault in a moment a diversion to keep us from dealing with the side destroyer yes and we're going to let them think we're diverted zagara you have the swarm hold the metal stukov take a force and screen her flanks and the haka this is your moment the device uses this side connection you share but i do not have a side connection i will not need it exactly gather your pack oh oh junge das ist auf jeden fall schon mal ein bildchen ne pew 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 aaaah buf 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 und so während dieser mission kontrollieren sie sowohl kerrigan als auch der haka mit den tasten f3 und f4 oder einem klick auf ihre porträts in der oberen linken ecke können sie zwischen ihnen wechseln okay let's see what your side destroyer can do makes the swarm is going to be torn apart we have to shut down this field now the haka this is the central hub of the side destroyer we're going to bring it offline permanently the side destroyer uses power links to extend its range disable them and the field will shut down temporarily this field poses no threat to me i will rip apart this power link myself once the field is down i'll command the swarm and destroy their defenses then it is time to act hmm essence flows i follow i follow i follow i follow i follow he 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 okay cool dass wir jetzt mal spielen hier schauen wir mal war da grad jemand ich hab's genau gesehen i go ach so wieder irgendein komischer robot hier naja egal äh yo rudelführer der urzerk mal gucken was hat der so oh ich kann springen ich falle mich gar nicht ab für das wait kann mich nur heilen okay springer oh weg protocol und n n n n n h n War das nicht geplant? So, beziehe ich. Eilen. Das Ding kaputt machen. Der Destroyer-Field ist unten. Beziehe ein Hive-Cluster für Kampf. Der Psi-Destroyer ist Rerouting-Power. Der Feld wird schnell reaktivieren. Bleib mich informiert über seine Progresse, Isha. Für jetzt werde ich den Dominion zerbrechen. Okay. Oh, wir haben sogar zwei, äh, äh, Dingenskirchen. Das ist ja interessant. Fert mit Energie versorgt in... Aha, aha. Boah, okay. Okay, so viel sieht das eigentlich gar nicht. Ich glaube, du verteilt. Okay, äh, das ist natürlich eine Sache. Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal arbeiten. Dann haben wir hier noch Extraktoren. Nein, auch nur einen. Das fängt ja schon wieder eher so semi-geil an, muss ich tatsächlich sagen. Äh, warte mal, geht mal dahin. Du auch, glaube ich. Ha. Wir brauchen mehr Mineralien. Hm. Ich merke schon, das wird, glaube ich, eine fette Mission. Also hier sitzt man, glaube ich, ein bisschen dran. Der, wählen wir den Psi-Zerstörer. Den Psi-Emitter. Ja gut, äh, unsere Armee bisher ist sehr übersichtlich. Sagen wir, wie es ist. Ach, Leute, ey. Ach, Mann, ey. Gib mir doch mehr. Geht schon los. Da geht es schon los. Naja, die mich spawnen jetzt zum Glück gleich. Pass auf. Ja gut, jetzt mach ich das Ding auch verboten. Ah, so war das nicht geplant, Spiel. Naja. So, die machen wir jetzt mal weg hier. Gibt ja kein Problem sein. Schon mal ganz vorsichtig ein bisschen, ein bisschen gepiekt hier. Nach vorne. Bauen wir einfach mal. Gott, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel gebaut, das wollte ich gar nicht. Meine Fresse, das war ne, äh, das nervt so, ne? Ja, 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 okay, äh, boah. Da muss ich das echt erstmal durcharbeiten. Das hier wird hier oben wahrscheinlich überall so weitergehen, wie ich das hier vorstellen kann. Naja. Schauen wir mal. Das wird, wie gesagt, ich glaube, das wird eine lange Mission. Das wird eine lange Mission. Also von wegen Finalstimmung. Naja. Komplett durchziehen hier, damit die jetzt mal ein bisschen produktiver hier Mineralien, Mineralien abbauen können. Ich werde doch schon mal direkt einen Extraktor bauen hier. Werden wir auch gebrauchen. Oh, eine Modationskammer. Nett. Ja. Sporenkrabbeler. Sportlich auf jeden Fall. Gut. Dann werde ich aber auf jeden Fall auch was bauen, was ganz toll ist, nämlich. Vielleicht schon mal, schon mal gucken. Ultraliskenhöhle brauchen Schwarmstock, okay. Werde auf jeden Fall Ultraliskenhäude bauen. Achso, Schwarmstock ist das hier, ne? Genau, Schwarmstock mit Tieren. Die Musik. So. Ich kann mal überlegen, was ich die überhaupt gebaut habe. Ja. Damit ich Ultralisken bauen kann, weil die können sich ja jetzt wiederbeleben. Was natürlich ziemlich fett ist. Wenn ich das mal so sagen darf. Hier geht man noch einen Schössling irgendwo hier hinsetzen. Und einen Ultraliskenbau ebenso. Ripp Mineralien. So, dann ist es eigentlich schon mal gut in Arbeit. Das gefällt mir. Ein paar Drohnen. Ein paar Säklinge. So, dann bin ich ja alle hier an einem guten Punkt, denke ich. So, das ist schon mal fertig. Können wir auch Schwarmkönige bauen. Naja. Säkling wiedergeburt. Ach, schön. Äh, yo. So, das Ding haben wir schon. Das heißt, das kann ich sogar schon bauen. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ich schweige mal ab. Aus Angst. Ah. Vespien Gas. Stress nicht rum. Ach, ich habe hier noch gar keinen hingeschickt. Fällt mir gerade mal drauf. Dann ist es ja kein Wunder. So. 14, 12 und 12. So, super. So. Ich bin ja auch mal wieder ein bisschen kompetenter abgebaut. Auf jeden Fall. Ach komm, ich kaufe es mir mal. Warum nicht? Ja, okay. Machen wir über Overlords. Ich sehe es schon. Ja, komm. Komm, hauen wir direkt alles raus hier. So, ich will mal eben, äh, äh, genau. Jetzt kann ich ja das Ding bauen hier. Weil ich die ganze Zeit bauen wollte. Sag mal. Ach so, nicht genug Vespien Gas. Entschuldigung. So, jetzt. Äh, bauen muss ich aber auch hier schön die Reihe mit rein. Ich möchte nämlich schön Ultralisken gleich bauen können. Und hoffentlich sehr wenig Vespien Gas habe. Jetzt halte ich vielleicht auch nochmal O. Kerrigan, you and your Swarm will never threaten humanity again after today. The Haka, the Fields return. I've pulled back the Swarm. It's up to you now. Ah. Okay, das ist jetzt immer so ein bisschen abwechselnd. Das ist ja lustig. Okay. Hier, das, das, das möchte ich einmal mitnehmen, bitte. Jetzt fahren die Schül in der Zeit. Das ist natürlich geil. Anziehen einsetzen. Ach so. Das war so nicht. Ach so, so ist die Problematik. Ich dachte, ich bin jetzt auch scheiße. Das ist natürlich jetzt alles ein bisschen belastet, ja? Sag mal, was machst du da? Geh doch zurück. Ähm. 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 Nein, ihr halt nicht. Was passiert gerade? Ich verstehe es gerade gar nicht. Ich weiß nicht, warum Kerrigan da mitten mit einem Schwarm rumschillte. Äh, dem Schwarm. Mitten in den Gegnern. Ich kann es euch nicht sagen. Was ist das gerade? Was sind überhaupt meine Einheiten? Wir sind ohne Limite. Sind die da jetzt gerade alle? Alle reingeworkt. Okay, pass mal auf. Wir machen was anders. Ähm. Scheiße. Der letzte Spreipunkt ist... Ich weiß warum. Weil ich F2 gedrückt habe. Deswegen sind die alle nämlich in den, ins Feld da reingelatscht. Ja toll, nur wieder eineinhalb Minuten warten. Na herrlich. Copiert. Copiert. Oh Gott. Ja, jetzt habe ich natürlich alles nicht gespeichert. Abspiel. Sei doch nicht so. Mach doch da eine separate Tastentür. Ach man. Also wäre es Käse. Na egal. Wir brauchen mehr Vespien Gas. Fackt. Nicht abspiel. Und ich warte. Und ich warte. So. So. Da muss ich wieder ein paar Overlords bauen. Ich brauche noch mal ein paar von denen. Denn ich habe jetzt vor auf jeden Fall nochmal den Extraktor da auch zu bauen. Deswegen sind eben schön meine ganzen Einheiten verreckt. Weil ich halt F2 gedrückt habe beim, bei Kollege Schnuschuh, ne? Ich denke, ihr versteht das Problem. Okay. Ja, ihr arbeitet. Ist doch alles erstmal herrlich hier. So. Ja, ja, es gibt, es gibt die Scheiße. So. Vorsichtig sein. Damit das ein. Danke. So, die alle. Zieht euch mal ruhig. So. Jetzt auch mit, mit Sinn und Verstand hier vorgehen. Ne? Was? Der lebt noch. Wollte mich verarschen. Ach komm, ey. Ehrlich. Da agiere ich manchmal einfach zu schnell. Ist wirklich schlimm. Komm her und stürt einfach. Läuft schon ja richtig scheiße hier. Oh. Was ist scheiße, Mann. Wollte mich voll verwirrt. Finde ich gut. Ja, danke. Oh, ich war echt zu weit weg. Ich bin hier. Ich bin hier. So. Dann haben wir ja auch hier. Du mal da hin. Du da hin. Ja, wir haben halt immer noch nicht genug Einheiten, Kumpel. Diene. Das ist alles ein bisschen schwierig hier gerade. Aber wir können jetzt auf jeden Fall ein paar Sachen spawnen. Das finde ich halt nice. So. Einer war noch da hin, bitte. Geht schon ab hier? Ne. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Das haben wir. Das kann ich nochmal eben machen. Evolutionskammer. Ach, da habe ich die Upgrades eben rausgehauen. Okay. Ähm. Ultraliskenhöhle. Das stimmt. Ich wollte Ultralisken bauen. Jetzt habe ich natürlich wieder leider kein Zeug. Aber das ist ruckzuck da. Das ist gar kein Problem. So. Ultralisk. So, guck mal. Jetzt geht es ab hier. Dann können wir auch gleich zuschlagen. Hm. Krass. Oh, das nervt so fett, Mann. Oh. Komm, brauchen wir noch ein paar. So, dann speile ich den Bums jetzt ab. Oh, da kommen auch gerade Typen. Ich muss gerade sagen, dann gehen wir jetzt mal los hier. Hoffentlich gar nicht so viel da sind. Ich habe irgendwie mehr gerade gedacht. Naja. Gut. Zack, 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 zack. Sagen wir mal nicht direkt zwei Ultralisken hier spawnen. Ist doch auch schön. Ist doch auch schön, sage ich euch. Ja, ja. Geht mir hier irgendwas upgraden? Ne. Achso. Ne. Achso. Soll ich bei den Ultralisten eigentlich gucken. Naja. So, warum sparen wir das nochmal ab? Ich habe nämlich Angst. Dann schauen wir mal, was wir hier anstellen können. Können wir hier in die Runde werfen? Die Gebäude sind eigentlich fast egal, ja? Ja, wenn von allen Seiten Gegner kommen und ich mich nicht entscheiden kann, bin ich angehört. Wie ist das so? Dann wird dem Sound los. Ich kann lieber da hinballern. Das sieht doch schon nicht verkehrt aus, was ich hier angestellt habe. Die Ultralisten sind nämlich jetzt auch schon schön da. Ich mega finde. Ach ja, ich kann auch so ein Ding spawnen hier. Geil. Oh, 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 oh. Da kommt gleich mal der Tumpmara-A-Schlag oder so. Immer noch recht stark hier, also. Wir wollen ein bisschen noch weiterarbeiten. Auch wenn mir so ein bisschen hier, oh, die Anzahl Angst macht. Das war nur, oh, oh, okay. Das war nur, oh, 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 oh. Ich bin mehr Vespin-Gas. 2.125 kostet ja Spaß. Was ist das denn? Naja, gut. Ähm, ja, das war doch ein ganz guter Erstschlag hier. Komm an, Konker Erstschlag. Weißt du wat? Ich kann die bauen. Ich mach das einfach so. Es ist nur ein Powerlink left. Destroi es! Terrence, wir werden deine Wehre wieder brechen. We come for your Powerlink. Ja. Ich kann mir, ich mach mir, erst mal machen wir das beim nächsten Mal. Und ich kann mir vorstellen, dass dann tatsächlich das Schild auch dauerhaft dauer ist, wenn wir dann einfach nur noch da durchrushen können. Das wär geil. Ich sag mal Dank für's zu sehen. Bis zum nächsten Mal, ne? Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.